Gut, dann port ich mal zu dir. Jo. Wollt mal zoomen. Rationen in der Nähe. Okay. Okay. Ja. Lass dich mal außen wohnen. Ja. Oh, Vorsicht. Ja, direkt vor uns. Wie ist deine Mutter kaputt? Na gut. Feindliche Übertragung erkannt. Verfremd den Hund. Ah ja, hier hoch. Ja. Wir haben wohl alle erledigt. Los, weg hier. Oh ja, ich bin bereit. Ah, hier geht's rein. Vielen Dank. Die sind ja nicht. Irgendwo da drinnen, da oben. Die sind ja nicht. Meinst du, du wirst ewig leben? Oh, der kommt close zur Decke. Ja. Scheiße, Scheiße. Scheiße. Mmm, Ficky, Alter. Scheiße, Mann. Geh weg, geh weg, geh weg. Mach Scheiße. Ich bin tot. Fuck you. Drei Gelbe ist schon fixter, ey. Was mit dem Einsatz? Ja. Oh, das war heftig. Drei Gelbe und vorher in der Truppe war schon ein Gelber drin. Ja. Ja. Black Task ist weg. Wir können die Weaver gefahrlos verlassen. Wir wissen nicht, ob sie zurückkommen. Ja. Guck, Geld einsetzer. Ja, das ist tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Und jetzt noch mal einer. Schnellreise ins nächste Safehouse gemacht und daraus können wir uns sie holen. Gut. Ich glaube es sind sogar noch mal die gleichen. So, Kopfgeld einsetzen. Ja. Oh, ist das meine Gruppe? Nö. Hier. Ich sehe dich noch. Bist du schnell gereist? Ah, ich sehe es gerade. Komm zu uns. Wir müssen sie finden. Sie ist nur in Gefahr. Oh, natürlich. Oh, nein. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. P416G3 Sonderanfertigung. P416G3 Sonderanfertigung. Äh, wir müssen Richtung Nordwest. Ah, okay. Das Ziel befindet sich in Ihrer Nähe, Agent. Oh, hier sind überall Feinde, ey. Beispiel auf Close. Das ist auch null Deckung immer, ey. Oh, kommt irgendwas nach? Hm, aus Westen? Ich seh's aber noch nicht. Die bellen sich grad selber, glaub ich. Oh, ich glaub hier noch fünf Stunden um'n Baum rum, ey. Oh, von oben? Aus Westen. Oh, man, ich seh's hier fest. Oh, man, Frau, ey. Habt ihr das gesehen? Oh, man, ey, das ist ein Scheißgebiet hier, ey. Kicker, auch noch. Ich seh's hier von jeder Seite. Och, Mann. So ein Bullshit, ey. Äh. Äh. Bleib weg, du Schwein. Geh in den Häusern! So. Was ist das? Ah! Ah! Da, doch in! Ah! Bist du noch da? Jaja Äh, der ist nämlich gerade weg Ich kurz mal die Mist Fick dich, du Schwein Mhm so richtig zu holen jubi 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 öftig rechts getobt kriegen wir das schwein irgendwie raus sofortige medizinische Hilfe erforderlich ich gut er ist direkt bei mir hinter dem hotdog stand ach fick ne was kommt das denn hier ach scheiße ach ist das ärgerlich ich hasse dieses gebiet ey du hast nirgendwo richtig deckung und voll offen kannst von jeder seite geflankiert werden agent verstorben ach ist ekelhaft ist das ekelhaft puh irgendwie hab ich keinen bock mehr drauf gerade ich auch nicht äh wenn wir da bei der theatersiedlung weitermachen oder bei der campus siedlung in dem gebiet so können wir noch ein bisschen was erinnern wir eben dieses wirkliche projekt nicht ich glaube da stirbt sterben wir auch nicht von hm glaub ich auch nicht ach ach ist das ein scheiß ey ein epischer kampf und dann wirst du von so einem billow lilan weggemacht ey das ist wirklich gut gemacht so so die die in la Hallo? Äh Vielleicht kriegen wir da die Named Das kann sein, ja Wahrscheinlich hinlaufen Ach nee, guck mal, wir können von Haupteinsatz Das ist, glaub ich, kürzer Siehst du? Hm, warte, ich guck auf der Karte Am Modden? Hm, genau Und wo willst du dann hin? Die Hauptquartier und dann nach unten zum überfluteten Damm Das sind die Outcasts Und dann machen wir rechts noch den Kontrollpunkt Sehr gut Also Schnellreise auf Mission Genau, vielleicht haben wir Glück, dass da zwei Named dabei sind Vor allem, wir haben ja zwischendurch Wir haben ja einzelne von den Kopfgeldern weggemacht, warum zählt das nicht mit rein? Und dann kommen wir noch dazu Untertitelung. BR 2018 Very well finder for uns. Junge, Junge. Das ist echt ein Unterschied hier, wie sich die Welt verändert hat hier auch nach dem, nach dem ersten Teil. Auf jeden Fall. Wer denn hin? Ist das irgendwo ein Flammenwerfer? Ja gut, haben wir das gleich auch mitgemacht, was auch immer das war. Ja. 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 Oh. Diese Scheißpanzer, ey. Ja. Da unten. Jo. Einer ist noch dahinten. Feindliche Drohne! Kontrollsum gesichert, sehr gut. Sich näher in Feinde erkannt. Hm? Hier rum. Oh. Schwell gepatzerter Feind erkannt. Oh, von hinten. Vorsicht. Komm mal. Im Kampf gefallen. Richtig großer Fehler. Hey, mach meine harte Arbeit. Angreif. Wenn wir dich bitten. Wir haben uns gerettet. Uff. Morgen geht's weiter. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Das ist ein Klasse. Super. Ja. Ja. Aha. Ja. Ja. Wir wären Ihnen dankbar für Ihre Hilfe. Wir wären Ihnen dankbar für Ihre Hilfe. Wir wären dankbar für Ihre Hilfe. Die Kopfgelder, da sind wir wahrscheinlich noch zu probelig einfach. Doch. Einfach noch ein bisschen was fehlt. Zumal man sich ja die Idealwerte jetzt zersprengt, indem man erstmal Sachen nimmt, die von den Primärwerten besser sind. Aber dann halt nicht unbedingt auf die Rolle passen. Also ich habe unfassbar viele Fertigkeiten, Stärke und Rüstung verloren zum Beispiel. Ja. 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 Ja.